Ja, morgen, morgen, morgen an diesem Montagabend. Es ist schon Part 27 und uns bleibt noch ein Kampf übrig, bevor wir in der Story weitermachen. So hatte ich das ja versprochen. Kampf Nummer 5 gegen Rangerin mit einem Weeveal. Weeveal ist nochmal zu gut Deutsch. Wir wollen ja nichts Falsches sagen. Es ist Nibuna. Und, ähm, hat, ja, Nibuna hat generell ein Problem. Torment. Das heißt, wir verbrauchen sehr viel AP, aber die Vierfachschwäche gegen Nibuna. Wegen Unlicht-Eis. Nibuna geht down. Als nächstes kommt Tentacruel. Der Name, ne? Tentoxa. Tentoxa müsste, soweit ich weiß, Wassergift sein. Und, äh, ich werde einfach weiterhin drinbleiben und es einfach mit, ähm, das ist nämlich so lustig, mit Schaufler. Boah, Schwertanz, geil. Ähm, es ist ja mega lustig. Ihr kennt ja alle Tentoxa aus dem Anime. Okay. Erste Staffel. Und eigentlich fliegt ja Tentoxa richtig Epic. Und ich frage mich immer, wie man mit Schaufler einen Tentoxa überhaupt treffen kann. How? Ah ja, wir haben Torment. Okay, I get it. I see, I see. Dann werde ich Sand Attack. Kaskade. Sehr gut. Und jetzt werden wir noch einmal Schaufleren. Wasserfall. Äh, Wasserfall. Wasserfall. Du mich auch. Kaskade trifft. Kaskade killed Hotpants. Aber Andeross muss ihn finischen. Kaskade trifft. Boah, stark. Stark. Starkes Tentoxa. Gebufft durch Schwertanz. Okay, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Wir haben Anderthalp-Pokémon. Ein sehr angeschlagenes Apferos. Und es kommt noch ein... Driftzeppelin. Äh, wir bleiben natürlich drin. Ich werde nicht wechseln. Driftzeppelin. Ähm. Wir bleiben bei Stabbing Shockwave. Shadowball schneller. Ist uncool. Finde ich ganz schön uncool. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Sehr gut. Damit haben wir... Weil wir werden's nicht killen. Also wegen Special Death. Aber wir haben gute Vorarbeit geleistet für Selinaf. Und das müsste der Sieg sein. Denn wie ihr alle wisst auch, Eis ist eine Schwäche von Driftzeppelin. Ich bin gespannt, was Driftzeppelin machen kann, um uns zu one-shotten. Wir haben nämlich noch Eisbeam. Und wir sind schneller. Und damit ist es vorbei. Der fünfte Sieg in Folge ist eingetütet. Und damit retire ich. Mein Karriere ist vorbei. Nein, ähm. Ich sag's mal so. Es war sehr, sehr cool. Hat mir sehr gefallen, der Battlemarsch. Und wir waren natürlich jetzt nicht optimal vorbereitet. Wir sind ja nur Level 37. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So. Und wenn jetzt nicht der Boss kommt, dann geh ich. Ja. Dann retire ich. Yes, I get up. No problem. Wir können ja vielleicht ein andermal. Okay, sehr gut. Wir können ja, ich denke mal, das merkt er sich. Wir können ja ein andermal wiederkommen und hier weitermachen. Und es geht ja auch unten noch weiter. Aber noch alles nicht am Start. Warum bin ich gerade gelaufen? Als wäre ich super betrunken. Ich weiß es nicht. Aber unser kleiner Abstecher führt uns jetzt dazu, weiterzumachen in der Story. Wir haben Deport besiegt im letzten Part. Und hier geht es runter. Da liegt ein... Oh, ja, ja, ja. Boah. Ein Calcium. Direkt vorbeigelaufen, Undergarland. Aber wir waren... hatten Glück. Und es kam kein... Kein, äh, Pokémon. Glücklich Glück da. Peng, peng. Wir hauen rein. Was liegt hier? Schönes. Ein Tiny Mushroom. Und... Quickclaw. Geil. Quickclaw ist ja mal mega für uns. Es ist sogar so cool, dass ich jetzt Quickclaw erst mal... Ich werde erst mal Quickclaw unserem Under Ross geben. Der hat nämlich noch kein Item und ist sowieso langsam. Keine... Keine bösen Wörter. So. Weiter geht's. Es kommt noch ein Pokémon. Oh. Time Pole. Die Frage ist, was hat man sich beim englischen Namen bei Time Pole gedacht? Achso, warte mal. Hier oben... Oh, da ist noch was im Baumstamm. Eine Max Potion. Auf der anderen Seite? Nein, da ist nichts, oder? Okay, ich weiß, ich suche hier gerade akribisch. Auch kein... Ja, okay, nichts. Sehr gut. Immerhin, wir haben eine Max Potion noch gefunden. Und ich suche auch vergebens nach... Ich hätte gedacht, dass hier irgendwo im Sumpf so ein verstecktes Pokémon auf uns wartet. Haben wir schon lange keins mehr gefunden. Ich gucke auch gerade, ob irgendwo ich was übersehen habe. Aber wir sind schon in Telmerk City und da wartet Deput auf uns. This is Telmerk. Looks huge, doesn't it? Yeah, endlich mal eine... Oi, eine große Stadt. Das wollte ich, ja. Oh, who is there? Biker. Akuto. Oh, der Big Boss. Ja, ja. Oh. Mighty Mighty Anus. Okay. Mighty Mighty Anus. Irgendwie habe ich Bock, den zu besinnen. You might not like what you find. Yeah. Don't talk out of line. Or you might be in deep trouble. Enjoy your stay, by the way. Okay, geil. Irgendwie habe ich Bock, den zu besinnen. Wo ist sein Haus? Okay, sehr gut. See ya. Okay, also hier ist the big shop. The modern city on the marsh. Okay. Oh, this looks... This looks... hier nehme ich auf der Suche sein nach Items. Oh, der Biker, der Biker, der Biker. Jawohl, fight. Sehr gut. Ich liebe es, wenn es fights in den Cities gibt. Das ist immer ein gutes Design. Zeichen für Design. Oh, Magneien! Jetzt verstehe ich, was hier los ist. Thug, Rufio. Excadrill. Wow, krasser Sound. Auch krasser Sprite. Surfer kommt, Surfer kommt, Surfer kommt sofort auf Bestellung. Excadrill geht down. Bringt uns ein bisschen Erfahrung. Es ist die Magneien-Crew. Jetzt verstehe ich. Das ist einfach der englische Name. Übrigens, darf ich kurz mal ausschwelken? Letzte Woche gab es ja das Nintendo Direct, Pokémon Direct zu Schwert und Schild. Und da gab es endlich eine neue Galar-Zickzacks-Geradax-Form und Barrikadax. Weiter. Es wird eine dritte Stufe geben. Würde mir für Magneien auch sehr gefallen. Ich will das noch mal kurz bestätigen. Das Mighty, es ist tatsächlich Magneien. Das ist natürlich cool. Den möchte ich jetzt gerne Brick-Breaken. Wo ist Hotpants? Da ist Hotpants. Ich will ihn Brick-Breaken. Ich will einfach. Letzte Woche. So. Magneien. Magneien ist enttäuscht. Magneien ist schon ein cooles Pokémon. Bräuchte aber so vielleicht auch noch eine dritte Entwicklung. Scary Face. Wir sind jetzt langsamer, aber ich denke mal ich wollte gerade sagen, Assurance. Really? Is that all you've got? So, wir werden in diesem Part die Stadt erkunden. Swallowed. Das sage ich jetzt einfach mal mitten im Kampf, wo wir gar nicht wo wir gar nicht vom Fleck kommen. Is Swallowed. Is Schluckweg. Schluckweg. Okay, gegen Schluckweg habe ich auch was parat. gegen Schluckweg. Gegen Schluckweg haben wir nämlich noch Schaufler. Und während es stockpiled und ich mich vergrabe. Wir werden richtig hart kassieren. Nee, doch nicht. Nice. Es setzt ja die Attacke sofort ein. Ja, dann mach das mal nochmal. Oh, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt sind wir dran. Oh mein Gott. That damage. So, und damit erledigen wir diesen Biker Rufio von der Magnaian Crew. Von der Magnaian Gang. Die diese Stadt ruint. Und, äh, ja. Äh, das war ein Kampf von Suck Rufio. Humph, you beat me. Und wir kriegen Geld. Geld, das ich gleich ausgehen werde. Hey. Oh, danke für die Info. Wusste ich gar nicht. Aber danke. Was sagst du? Okay, was kriegen wir? Lemonade. Ha. Er hat schon recht. Ist schon cool. Eine Flasche zu öffnen. So. Was haben wir hier? Wer wohnt hier? Oh, cute Sprite. Mhm. Haha, ja. Haha. Haha. Okay. Aber ich sag's mal so, die Farben passen jetzt besser als der Premierball. Cool. Oh, was kriegen wir? Oh, was ist das? Ah. Nice. Cool. Great. Thank you, mister. Du. Du. Aha, Bock, man. Crime-Fighting. Okay, das ist witzig. Haha, ja. Okay, was haben wir hier krasses? Game Corner. Gehen wir auch gleich rein. Was haben wir hier? Oh. Ah, okay. Oh, hat das mehrere Ebenen? Moment, das muss ich kurz mal überprüfen. Ist das alles Warehouse? Ja, ne? Wow. Geil. Also, wir, äh, wir haben so ein bisschen Rätsel-Time. Okay. Cool. Äh, okay, das, also, das ist echt eine geile Stadt. Oh, wow. Okay, interessant, interessant. Ne, ich brauch ne... Ja, wo krieg ich die her? Wahrscheinlich muss ich die mir von einem der... ...der Dudes holen. Unten ist noch ein Weg. Wir können die Coins aber nicht einsammeln. Ich guck aber mal, ob hier irgendwas noch liegt. Ja, hier liegt noch etwas. Ein Sonderbonbon, okay. Okay, interessant. Prismania City-Style, also, hier. Hier geht's raus. Was haben wir hier? Okay. Ha. Kanto-Style. Ähm. Und hier ist das Store. Da geh ich auch gleich als erstes rein. Kraxler. Da liegt ein Megastein. Okay, wir gehen shoppen. Warte mal, da hinten stand jemand. Hab ich gesehen. Hab ich genau gesehen. Cool. Hab ich. Hab ich jetzt. So. Gibt's irgendeine Info? Okay, let's see. Mh. Trainer. Closing. Toy Shop. Drugs. Toy Shop und Closing. What the... So, was habt ihr? Ihr habt Mails. Briefe, 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 Briefe. Müssen wir uns also merken, falls jemand einen Brief von uns will. Briefe, 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 Briefe. Portion, SuperMax, Portion. Einweif. Alles. Nichts. Nichts. Uniques. Hä? Was? Okay, ich glaube nicht, dass wir ihm eine geben müssen Ah Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert Ich weiß nicht, ob ihr euch jemand, aber jemand wollte einen roten Schal Haben wir Haben wir jetzt Fragen über Fragen Wer kann diese schon beantworten? Und was haben wir hier? Die Puppe, aber die haben wir schon Wo zur Hölle sind die TMs und was macht Depur bei den Toys? Okay, Depur Ich sehe schon, du machst einen guten Job Ich habe, by the way, schon den Schlüssel gefunden Und hier gibt es Drogen Macht Sinn im Drugstore Okay Keine TMs, though Das war's sogar, ne? Ich denke nicht, dass es noch ein geheimen Okay, der hat mich jetzt nicht ganz so begeistert Dieser Dieses Kaufhaus Aber dafür gibt es hier viel mehr in dieser Stadt Viel mehr zu tun Ich würde sagen, wir besiegen noch Den vor der Arena und Warte mal, was gibt es hier für Pokerbälle? Hey Murkrow Okay Nice Einfach nur die Komm, so ein Luxusball Gönnen wir uns doch Eins, eins reicht Was hast du noch, sozusagen? Okay, cool Äh, wir müssen Den hier besiegen Oh, es sind sogar zwei Okay, okay, okay Wir besiegen alle drei Komm schon Let's go Okay Die haben ja sicherlich kein Magnaien Das glaube ich ja nicht So, wie heißt der? Gonzo Ähm Das ist der Stahl-Dude Oh, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Moment Der Pwn Der Pwn-Guy Wartet mal Wir gucken einen Blick im Das Lexikon Gladiantri Okay Okay, Gladiantri Ist natürlich Wieder sehr Kampfanfällig Das werden wir mal ausnutzen An der Stelle Okay, wir sind langsamer Schlitzer Brick Break Ich muss sagen Ich fand diese Pokémon Immer richtig cool Oh, wir haben Peng-Peng-Level ab Und Hotpants Demnächst Wenn wir Magnaien Brick Breaken Ähm Ja Ihr wisst es, ne? Ihr wisst ja Magnaien und so Da kommt wieder Assurance Déjà-Vus Superfaktiv Das gibt uns Ein Level ab Übrigens Wir befinden uns In einer sehr Chilling-Woche Oh, Wullaby Das ist doch Ähm Das müsste ja eigentlich Klare Sache Ähm Skalic sein Ganz genau Das ist nämlich Skalic Und gegen Skalic Ähm Haben wir Andaros Richtige Bösewichter-Pokémon Shockwave Ähm Nutzt diese letzte Ähm Wir befinden uns In der Aufhol-Woche Nachhol-Woche Das heißt Ähm Es gibt nur drei Parts Diese Woche Montag, Mittwoch und Freitag Damit alle So ein bisschen hinterher kommen Im Let's Play Denn nächste Woche Das kann ich schon garantieren Nächste Woche Haben wir wieder sechs Parts Aber nicht Gaia only Nicht Gaia only I'm one of a Kudos Top man Okay Come on Come at me Tiago Uh Knacksel Was machen wir Was machen wir gegen Knacksel Ähm Ich überlege gerade Ob ich Ob ich Ob ich Ob ich Ob ich Einfach so bearbeite Ne Ich wechsle aus Ich wechsle aus Dann kriegt auch unser Silly Nuff Ja Level 37 Ja Wir sollten sowieso mal Den Lead Tauschen Slash Denn ähm Ihr wisst es ja Drache Bohnen Ist Knacksel Übrigens Knackrack ist Eins meiner Lieblings Pokémon Aber gegen Eis Zieht es den Kürzen Gurdur Gurdur Da sind wir schon bei Gehen Ist äh Strepolin Und dagegen Hol ich Aeroas Strepolis Auch ein Echt ethisches Design Nur die Clownsnase Hat mich immer Gestört In Anführungsstrichen Kommt noch Ein Aeroas Und wir werden Noch den Den Rüpel Vor der Arena Den werde ich Noch lang Ziehen Und Magnarien Kriegt wieder Ein Brick Break Baba Mh 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 Oh Magnarien Intimidate Oh yeah Break Break In sein Gesicht Doch Er Lebt nicht mehr Ich sollte aufhören Zu singen Das war jetzt mal Eine Solo Spontane Solo Einlage Thiago Verliert Äh Yeah okay I won't Und du Okay alles klar Der will gar nicht mehr Kämpfen Aber das ist Ganz okay Ja Das kann passieren Na gut Ribby Ribbit Ribby Ribbit Mit diesen Worten Verabschiede ich mich Und wir sehen uns Wieder Mittwoch Bis dann GG Ribby Ribby Ribbit